hast du eine andere waffe dennis nee oder weil ich habe mir diese geholt nur ach so das ist ein anderer typ sorry auf dem anderen auf dem anderen links ist einer auf dem turm leute ich bin kein jungfrau mehr in dem game hast du einen gekillt oder hat der dich gekillt nein der hat gerade auf mich geschossen der ist vor mich gelaufen ist an dem turm war ist einer hochgelaufen ist geklaut ich habe keine waffe mehr irgendjemand von euch hat mir die waffe geklaut ich nicht ich auf jeden fall nicht ja das ist sogar den software mit dem visier hat den zweiter dinge ist wir kriegen halt noch ein team assist wenn du einen killst weil wir da waren da liegt einer auf der straße ich bewachte die straße ja da liegt einer auf der straße da an dem haus rechts mit das zweischöckige dass da war ein typ drin besser reingerannt wird nicht geschossen auf mich schon da ist einer ausgekommen ab ihn wo oben ist unser team das war der den ich gesehen habe wollen wollte zu mir auflösen geht ins lauf und dann ist falsche richtung wo der murach geht da und Alter. Weißt du, ist das einer von uns, der Heli? Ne, ne? Welcher Heli? Unsere Helis werden mit so einem grünen Ding markiert. Ich meinte, der Heli ist der Heli. Der Mohawk ist grad abgestürzt. Von den Gegnern. Ah, das ist ein Loner gefangen oder was? Naja, der wurde von unserem Heli abgeschossen. Lord, was ein dreckiger Hurensohn. Der hat seinen Panzer oben auf den Berg gestellt. Schieß runter. Warte, eine Hose. Für Dennis gehen wir jetzt in die Kirche einmal. Ja. Aber da hinten muss eine Revive werden, mein Mann. Er macht schon eine. Finde da nicht einfach einen. Er macht schon eine Revive. Lord, ist einer runtergesprungen. Und zwei in meinem Fallschirm. Okay, hier ist es echt schön. Er ist Priester. Vielleicht wirst du doch noch einen Menschen. Null! Auf dem Turm drauf, gell? Ja. Ich hab grad geschossen. Ich hab grad geschossen. Ich hab grad geschossen. Wohin der Mauer. Wohl da. Ich hab irgendwas gesehen, was nicht gut geht, wo der in der Mauer. Meist auch früher. Wohl da ist es noch kommt, wie der Gegner. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Stopp! Ja, er hat keine Muni mehr! Da ist noch einer. Warte, helft mir, helft mir, helft mir. Ich darf mich Reviveen. Ich bin da. Ich bin da. wir haben noch ein paar teammates, nicht respawn nicht respawn nicht respawn er ist tot ja, ich werde auch revivet mein Typ ist tot ich bin revivet wir dürfen Smokes revivet Dennis erstmal hier ist ein Tanzer hin Dennis, kommst du jetzt? ja hey Leute, bist du vor der Mauer? ja ich bin irgendwo ein ewiges ach du scheiße Junge explodiert hier alles ich revivet dich ja, gut wenn ihr mich reviven wollt, dann wirft erstmal smoke wo bist du? danke ich bin in der Nähe vom Tower bist du das vor dem Heli? kann sein, ich hab einen Heli neben mir gehabt ja, das bin ich Dennis, holt mich zu Junge, hier explodiert alles ich bin dabei, war der fucking sie oh mein Gott oh mein Gott ich kann nicht den Heli klauen ich kann nicht, weil ich funkel ja, mach ne kann ich nicht mehr hat keine Dings, ich hab auch keine Medkits mehr ja Leute, wieso hatte ich denn so viele? was ist das? hast du das Medikit oder du hast, du wurdest doch respawnt oder nicht? ne, aber ich gehielt ey, ich hab ne Rahim oh, Rahim, was ist das? Sniper 1,62 glaube ich ich hab gesnipt wo denn? von wo? äh, ist da rechts bei dem Fels, wo ich liege da, wo ich liege beim ich bin runtergefahren, ich bin die Decke, egal fuck, ich hab keine Muni auf dem Berg ja, muss vom Körper eigentlich aufheben kann mich einer reviven? wo bist'n du? unten? im Hochgang, glaube ich ich hab gefehlt, kann mich jemand reviven? die wollen das stürmen, die wollen das stürmen ja, ok, warte, muss kurz den Eingang werfen ja, wo der eine war davor bisschen weiter, äh, bisschen näher äh, ich muss dich reviven seid ihr über mir? ich hab ihn eben gesehen, ich hab ihn eben gesehen Dennis, bleib auf jeden Fall unten ich kill ihn gleich wenn du revivest würdest ja, ich revivest dich wenn ich revivest hab, kill ich den da unten, den Wichser wo ist der? bei, bei, bei diesen komischen Palmenloch fuck, ich wurd gekillt wir liegen mit Dennis auf dem Haufen und ficken uns gegenseitig irgendwie ich weiß nicht das ist, ich weiß nicht wie man die Stellung nennt oh mein Gott meiner Smoke er ist nur schmutziges Sanchez ja, wo soll er sein? oben auf dem ersten Dach, einer ist bei uns ich glaub, das bin ich ja, ja, du bist auch ein der Gegner nicht egal, ich weiß nicht, es bleibt nur Smoke hab ich schon warte ok, nein war Jazz, sorry oh mein Köpfchen guckt direkt drüber, alter drückt Q da eh dann drückt sich seitlich hin oh mein Gott ich hab grad Q gedrückt, dann kam ne Kugel vorbeigebracht oh, alter Himmel geh zu ja, Dennis has revived so, jetzt ich, jetzt ich kill du sollst schießen wir sind besser im Helm und Gamma ich weiß nicht mal wo die Gegner sind kann nicht mal jemand revivieren, anstatt dass du mit deinem Arsch die ganze in meinem Gesicht so schickst da sind die, oh mein Gott ok, ich weiß wo die sind Dennis tut dich mehr die sind den Berg hier runter da kommt ne, da kommt ne Frit vor der Kirche ist einer mit einem MG obendrauf nein ich schloppt ihm sein Muni danke unten vor der Kirche war einer gleich der ist da immer noch ja, bei der Mauer, ich seh ihn auch ich hab eine Granate ich kann das sogar echt treffen oh mein Gott ich werde auch Granate runter hab ich weggeschossen ich schieße grad Ich habe keine Ahnung, ich habe gedacht, dass es flirft, guck so weit. Einer oben im Zaun, im Turm. Ich bin down. Ich bin down. An dem Berg ist der Sniper. Ich weiß nicht. Ist der da niemand an? Der in der Mauer? Guck, Sniper. Oh, fuck, man. Da ist einer an dem Stein. An dem anderen. Fängst du jetzt echt an Chips zu fressen? Hm, wer? Ich muss wieder auf die Kälte. Willst du mich für den Arschen, Alter? Wer? Ich wurde im Wald direkt wieder gekälzt. Äh, AKM. Ja. Fick die Bläer. Plus, wir brauchen nochmal 10.000. Jetzt glaube ich gleich müssen wir... Jetzt springt! Springt! Okay. Ähm, nicht springen. Hast du das gerade doch passiert? Ist ja manchmal aber ein Bugkampf oder so. Jetzt, lol. Ja, jetzt. Ich wurde rausgezogen. Jetzt bin ich rausgesprungen. Oh mein Gott. Wir sind 1,4 Kilometer von Tönig. Nein. Oh, ja komm. Selbstmord, Alter. Ohne Möster. So ein Video. Die coisas sind so schön, sehr grauen. Kìsse ich jetzt. Ich bin mal sicher.